Freiheit für Julian Assange und alle politisch Gefangene und Verfolgte. Nur wir haben reale Chancen, diese alle unverzichtbaren Menschen zu befreien. Deswegen bitte ich euch, teilt dieses Video und auch der offene Brief, denn der offene Brief ist eine Stimme des Volkes und wir fordern alle sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Dieser offene Brief haben mittlerweile 95.000 Menschen unterschrieben und jeden Tag werden es mehr. Wir haben es in der Hand, wann alle diese politisch Gefangene und Verfolgte wieder freien sein können. Und erst dann sind wir auch alle frei. Untertitelung des ZDF, 2020